Hi Leute, ich bin die Elke von 99Yoga und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich möchte mich hier kurz vorstellen und zwar ihr findet auf meinem YouTube-Kanal bzw. auf meiner Seite alles über Yoga. Angefangen über, wo kommt Yoga her, die Entstehungsgeschichte, Philosophie, dann natürlich die Anatomie bezüglich der Asanas. Ich werde auch ganz viel über Yoga-Therapie erzählen, ja, bei besonderen Beschwerden, die man so hat. Knie, Rücken, Probleme, ja, was viele Menschen kennen. Dann natürlich auch ganz viel über Ernährung, wie sieht eine klassische yogische Ernährung aus, wie sieht eine Ernährung aus, um sich gesund zu ernähren. Ja, die verschiedenen Ernährungsstile werde ich vielleicht auch vorstellen, dann werde ich auch was über Smoothies und so erzählen. Und dann, was kann man zum Beispiel auch machen, morgens nach dem Aufstehen, um erstmal sich zu entgiften, ja, um die ganzen Ablagerungen freizusetzen, die sich über Nacht die Schlackenstoffe angesammelt haben. Und dann natürlich auf meiner Yoga-Seite findet ihr natürlich auch Meditation, ja, also Raja-Yoga. Deshalb freue ich mich, guckt rein, ja, so oft wie es nur irgendwie geht, am besten jeden Tag. Ja, ich bin auch jeden Tag für euch da, gebe euch immer wieder eine Antwort, wenn ihr mir Fragen stellt. Je mehr, desto besser und ich freue mich auf euer Erscheinen. Bis bald, eure Ecke. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.